Sie wollen ihr Land zurück. Land, das korrupte Beamte der Stadt Lufang ihnen nahmen und an sogenannte Entwickler weiterverkaufen wollen. Deswegen protestierten am 21. November 4000 Dorfbewohner und Landwirte aus Wuhan. Sie blockierten Straßen und versammelten sich vor der örtlichen Verwaltung von Lufang. Der Protest begann bereits vor zwei Monaten. Damals gingen die Bewohner von Lufang sogar so weit und plünderten die örtlichen Verwaltungsbüros. Laut chinesischen Medien nehmen Unruhen und Proteste in den letzten Jahren vor allem unter der chinesischen Landbevölkerung massiv zu. Konfliktpunkte sind meist gewaltsame Vertreibung und Zwangsenteignung durch korrupte Beamte.